Ein gutes Zeugnis und besonders auch von Leuten außerhalb der Gemeinde. Oftmals geben die uns ein gutes Feedback, weil die durchschauen manchmal Leute und es gibt immer wieder leider Leute, die ein gutes Doppelleben führen können. Und Paulus sagt hier, ein gutes Zeugnis, nicht nur von innerhalb der Gemeinde, sondern auch von Leuten, die außerhalb sind. Also wenn wir in einem Prüfungsprozess sind, dann sollten wir vielleicht die Nachbarn befragen, die Arbeiter auf der Instanz ja, wie ist der so als Chef? Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio ZB30, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Ich bin Rainer Siemens, ich bin hier im Studio vom Semter und mit mir ist heute Delmar Wiebe. Wir wollen weiter über das Thema Leitung in der Gemeinde reden und das war ja schon eine ganz interessante Geschichte, denn wir hatten uns ursprünglich vorgenommen, wir wollten drei Folgen zu dem Thema bringen. Die erste Folge war Amt als Dienst. Klingt für manche vielleicht etwas theoretisch, ist aber wirklich, glaube ich, die Grundlage für jedes Leitungsverständnis in der Bibel, dass Leute, die ein Amt bekleiden, also einen Posten haben, würden manche von uns sagen, dass das eben nicht dazu da ist, dass ich mich selber irgendwie glorifiziere, sondern es geht wirklich darum, Menschen zu dienen. Danach haben wir ein zweites Gespräch mit Delmar geführt zum Thema Älteste in der Gemeinde. Genau. Und dann ein drittes Gespräch mit unserem Dozenten Marco Kauenhofen über die Diakone in der Gemeinde. Und eigentlich dachten wir, damit wäre es dann fertig und dann kriegten wir aber die Rückmeldung, dass es doch noch schön wäre, wenn wir über die charakterlichen Voraussetzungen reden könnten. Wenn wir in der Schrift schauen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, ist ja Leitung nicht nur etwas, das ich tue. Das bin ich ja vor allem auch. Das ist ja auch meine Person. Also es geht darum, dass man mit Integrität, dass man Integrität hat, um überhaupt in den Leitungsdienst, sei es jetzt Ältester, sei es jetzt Diakon, damit man überhaupt dabei mitmachen kann, damit man da zu berufen werden darf. So, darum soll es heute gehen. Wir werden uns unter anderem 1. Timotheus 3 anschauen, aber auch andere Bibeltexte. Delmar, warum glaubt die Bibel, dass ich Integr sein muss, um zu leiten? Ja, hallo liebe Zuhörer von Radio ZB 30. Danke Rainer für diese sehr passende Einleitung. Ich habe ja versucht, besonders auch im ersten Teil dieser Serie darauf einzugehen, dass es, wenn die Bibel Leitung und Leitungsfunktionen sieht, dass das immer im Blick hat, dass es ein Dienst ist. Nur, dass die Leute das wissen. Also wenn ihr das Programm nicht gehört habt, geht auf die YouTube-Seite von Radio ZB 30, da unter der Sektion Videos, da scrollt ihr so ein bisschen nach unten und da werdet ihr das Programm Amt als Dienst finden, nur damit ihr das wisst. Ja genau, oder auch in der App, im Podcast, da ist das dann auch abgespeichert. Genau, und da habe ich betont, dass das… Sorry, noch einmal, oder ladet Delmar zu euch in die Gemeinde ein, das ist natürlich noch besser. Da habt ihr das en vivo, wie wir das hier sagen und dann könnt ihr zusammen als Gemeinde oder mit euren Leitenden über diese Themen weiter nachdenken. Ja genau, Verbespot ist der jetzt… Der ist jetzt zu Ende, genau, jetzt machen wir weiter mit dem Thema. Und da haben wir uns verschiedene Texte angeschaut und was mir in meiner Beschäftigung da auch aufgefallen ist, ist, dass wir sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament in Texten, wo es eine Amtsübergabe gibt, wo es darum geht, dass zum Beispiel von Mose, dass er seine Leitungsaufgabe an Joshua überträgt. Oder wenn wir Apostelgeschichte 6 haben, wo die Diakone auch oder die Tischdiener eingesetzt werden, dann geht es da immer und immer wieder um zentrale Voraussetzungen, Charaktereigenschaften und nicht darum, ob die Leute jetzt viel Geld haben oder wenig Geld haben, ob sie sehr viel Einfluss haben oder nicht. Das spielt da nicht eine Rolle, sondern wie stehen sie da, wie werden sie gesehen? Du hast das Wort Integrität gebraucht. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes heutiges bekanntes Wort, dass das Ganze irgendwie zusammenfasst und bündelt. Und in diesem Zusammenhang haben wir, heute werde ich vor allen Dingen auf zwei Texte eingehen, beziehungsweise drei. Erster Timotheus Kapitel 3, da sind diese ganz spezifischen Eigenschaften für Älteste aufgeführt. Danach kommen auch noch Eigenschaften für Diakone, die werden wir heute mal außen vor lassen. Die sind ähnlich. Die sind ähnlich. Die sind sehr ähnlich und in Titus Kapitel 1 erscheinen dann nochmal fast die gleiche Liste mit ein paar Unterschieden. Und ich werde dann daraus eine Liste machen von Eigenschaften, die Voraussetzungen, die man erwartet von einem Ältesten und diese einmal auch besprechen. Ich möchte nur eine Sache dazu sagen. Also vielleicht denken jetzt manche Hörer und Hörerinnen, ja, das geht um Leiten in der Gemeinde, also diese Eigenschaften. Eigenschaften, das sind eigentlich Eigenschaften, die jeder Christ in seinem Leben entwickeln sollte. Das ist richtig. Weil das sind Sachen, also dass man ehrlich ist, dass man nüchtern ist, dass man seiner Familie gut vorsteht. Das steht ja an anderen Stellen der Bibel, gilt ja das für alle Gläubige. Also das ist jetzt, das ist jetzt natürlich für Leitende gemeint, aber eigentlich, eigentlich sind diese Eigenschaften, die Delmons präsentieren wird, ein Leitbild für jede gläubige Person. Das ist ganz richtig. Ich hatte, ich habe am Schluss so eine Tabelle gemacht und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir das jetzt nach vorne bringen. Denn es könnte ja sein, dass einige der Zuhörer jetzt dann abschalten und sagen, okay, das sind Voraussetzungen für Älteste. Ich bin kein Ältester, will doch keiner sein, ich bin nicht in der Gemeindeleitung, also... Genau. Dort machte ich die Gemeindeleitung. Ja, genau. Ich glaube, ich habe das schon einmal erwähnt, aber ich habe hier eine Tabelle gemacht, nur mit den Voraussetzungen von 1. Timotheus. Und dann auf der rechten Seite Forderungen an jeden Christen. Und das ist eine lange Liste von Bibelstellen, die kann ich jetzt nicht alle erwähnen, wo wir diese Forderung haben an Älteste und wo wir an anderer Stelle in der Bibel, mit der Ausnahme, das darf kein Neubekehrter sein. Ja. Ja gut, das ist jetzt dann ganz spezifisch für den Ältesten Dienst. Aber ansonsten, dieses Besonnen, Nüchtern, Nichttrinker und so weiter, das sind Eigenschaften, die von einem jeden reifen Christen erwartet werden. Und das beantwortet ja dann auch die Frage manchmal, ja, wo kommen denn diese Leute her? Das sind ja quasi Übermenschen. Nein, das sind keine Übermenschen, das sind normale, reife Christen mit Leitungsfähigkeiten. Ja, das sind gläubige Menschen, die den Weg, ihr Leben lang den Weg der Jüngerschaft gehen und diese Veränderung erfahren haben. Die sind eigentlich dazu qualifiziert, sagen wir es mal so, die Gemeinde dann auch zu leiten. Ja, genau. Und deswegen, weil die Frage ist ja dann, wo suche ich diese Leute? Ja, in der Gemeinde. Genau. In der Gemeinde. Und deswegen, das fordert natürlich nicht nur Leute heraus, die in der Gemeindeleitung sind, die besonders, es fordert uns alle heraus, diese Eigenschaften, diese Voraussetzungen auch zu erfüllen und gute und reife Christen zu sein. Oder wie Paulus das dann ausdrückt, nicht mehr nur Milch zu trinken, sondern auch mal feste Speise zu genießen. Feste Speise, also reife Entwicklern. Ja, genau. Gut, kommen wir zum Abschnitt. 1. Timotheus Kapitel 3 und vielleicht darfst du einmal den Vers 1 bitte lesen. Also 1. Timotheus Kapitel 3 Vers 1, da heißt es, das ist gewisslich wahr. Wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, oder ein Ältestenamt könnten wir auch sagen, der begehrt eine hohe Aufgabe. Genau. Wenn jemand nach einem Bischofsamt, einem Ältestenamt oder Aufseherdienst je nach Übersetzung trachtet, und da geht es um diesen Begriff Episkopos, der ja synonym ist zu Presbyteros, also Aufseher und Ältester, das habe ich vorher erklärt, die sind synonym zu verstehen, das ist das Gleiche. Also wenn jemand danach trachtet, ein Gemeindeleitungsamt zu bekleiden. Also das ist ja, zwei Dinge möchte ich hier rausfegen. Also erstmal fängt Paulus an und sagt, das Wort ist gewiss. Das ist so wie, Leute, das ist tatsächlich wahr, das muss ich nochmal wiederholen. Das ist eine Unterstreichung im Griechischen. Also das ist, damit gibt er diese Aussage nochmal Nachdruck. Das ist tatsächlich so. Und wer danach trachtet, der begehrt ein schönes, ein edles, ein lohnendes Werk, eine belohnende Aufgabe, eine lohnende Arbeit. Und da schauen wir auch, also das ist nicht falsch, wenn jemand danach trachtet. Also ich darf das wollen. Du darfst das wollen. Okay. Du darfst das wollen. Und warum ist das so eine schöne Aufgabe? Weil nach Apostelgeschichte 20, 28 ist es ja eine Aufgabe, die als Hirte ist. Eine Herde zu führen. Und zwar was für eine Herde? Die Herde Gottes, die er sich mit seinem Blut erkauft hat. Und das ist eine fantastisch schöne Aufgabe. Und das dürfen wir auch betonen. Fühlt sich aber nicht immer schön an. Nein. Weil Schafe können auch starrisch sein. Ja, definitiv. Und ist auch auf jeden Fall herausfordernd. Aber ich glaube, es bringt auch nicht, wenn wir da eine falsche Demut an den Tag legen und sagen, oh, das ist nur so furchtbar schwer und ach, ich möchte das eigentlich gar nicht. Aber ich werde so quasi hineingeschoben und gezogen und Leute zwängen mich dazu. Wer danach trachtet, das ist eine schöne Sache. Ja, das wäre ja schade, wenn in einer Gemeinde niemand nach einem Leitungsdienst trachten würde. Ja. Eine Gemeinde braucht Leitung. Genau. Und da ist ja spannend, was Petrus sagt. Im 1. Petrus, Kapitel 5. Ich habe den Text hier gerade, ich lese das. Vers 2. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang. Nicht aus Zwang. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Also so wie wir das dann bei uns sagen, na jo, ich will dort nicht, aber der Mann will dort. Ja. Also, genau. Das ist nicht schade oder das wäre schön, wenn du das auch willst. Ja, genau. Genau. Und das ist auch nicht falsch. Und das dürfen wir auch betonen hier. So, und jetzt kannst du dann vielleicht sagen, okay, dann kann ja jeder, der da möchte und der daherkommt, einfach sagen, ich will jetzt mal Gemeinde leiten. Oder ich will Prediger sein oder ich will Ältester sein oder so weiter. So einfach ist es nicht. Okay. So einfach ist es nicht, denn dann kommen eben diese ganzen Voraussetzungen. Und bevor wir uns diese Voraussetzungen im Einzelnen anschauen, möchte ich dich für einmal bitten, dass du 1. Timotheus 3, Vers 10 liest. Ich weiß, es geht da um die Diakone, aber trotzdem. Also, 1. Timotheus 3, Vers 10, es geht eigentlich um die Diakone, aber es zeigt die Absicht von all diesen Bibelfersen. Und man soll sie zuvor prüfen und wenn sie untaddelig sind, sollen sie den Dienst versehen. Es reicht also nicht, wenn ich daherkomme und sage, ich möchte jetzt. Es ist okay, wenn mich das herausfordert. Das ist auch gut, das ist eine schöne Sache. Aber die Gemeinde hat die Aufgabe, das auch zu prüfen. Und zu prüfen, wonach? Anhand dieser Voraussetzungen. Ja, aber das heißt dann auch, das reicht auch nicht nur aus, dass die Gemeinde wählt. Nein. Also eine demokratische Wahl wäre auch nicht okay. Das ist einfach nur wir, die Mehrheit ist dafür, dass du das machst. Nein. Da muss vorher geprüft werden. Und dann kann durch eine Wahl bestätigt werden. So ist es. Genau so ist es. Und noch ein Text aus 1. Timotheus, immer in diesem Brief, Kapitel 5, Vers 22. Nur den ersten Teil. 5, 22. Die Hände legen niemanden zu bald auf. Die Hände auflegen, das ist die Beschreibung für jemanden einsetzen in seiner Aufgabe. Tu das nicht zu schnell. Prüfe erst mal. Schau, ob das tatsächlich, ob diese Eigenschaften, ob diese Voraussetzungen erfüllt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, Gemeindeleitung einzusetzen. Ich finde es wirklich problematisch, du hast das kurz angesprochen, wenn wir einfach eine Wahl machen und die Mehrheit gewinnt. Kann Gott durch eine Wahl Leute, also seinen Willen durchbringen lassen und das auch leiten? Natürlich. Aber ich glaube, wir müssen lernen, bei diesen Aufgaben, bei Ältesten, bei Diakonen, bei Gemeindeleitung, Predigern, auf diese Voraussetzungen aus der Bibel zu schauen. Die zu prüfen und Leute, die das erfüllen, die reif sind in diesen Bereichen, die sind qualifiziert, um auch die Gemeinde zu leiten. Und können dann von der Gemeinde in ihrem Dienst bestätigt werden. Definitiv. Und warum ist das wichtig, darauf kommen wir nachher nochmal, bei den Eigenschaften. So schauen wir uns mal diese Eigenschaften oder diese Voraussetzungen an, die hier erwähnt werden. Lies bitte einmal Vers 2. 1. Timotheus 3, Vers 2. So das sind jetzt eine ganz lange Liste und ich möchte die kurz erklären. Ich werde vielleicht nicht auf jedes einzelne eingehen. Einige sind eigentlich von sich selbst aus auch schon zu verstehen. Die sind klar und deutlich, was damit gemeint ist. Das Erste. Ein Aufseher, der soll untadelig sein. Das ist so quasi die Überschrift. Und wir schauen und denken, wow. Untadelig? Das heißt, das ist eine Person, wo ich keine Anklage bringen kann mit einem vernünftigen Fundament. Also man kann ja, Leute kann ja man immer anklagen. Ich kann dich irgendetwas beschuldigen. Aber ich dürfte kein Fundament haben für meine Anklage. Das ist jemand, der integer ist. Der frei ist von jeglichen anstößigen oder schändlichen Trübungen des Charakters. Jemand, dem ich wirklich nichts vorwerfen kann. Der ist untadelig. Bedeutet das auch perfekt oder was ist? Nein. Perfekt ist nochmal, das werden wir nicht erreichen. Untadelig hört sich irgendwie so nach Perfektion an. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist eine Person, wo ich nicht wirklich mit Grund dem etwas vorschmeißen kann. Natürlich, jeder macht Fehler. Aber die Frage ist ja dann, wie gehst du mit den Fehlern um? Wenn jemand Fehler macht und nicht dazu steht, dann ist er nicht untadelig. Wenn jemand Fehler macht und dazu steht und sich dann auch entschuldigt, wenn man ihn darauf hinweist, dann ist das eine Person. Und den korrigiert. Und den korrigiert, soweit das möglich ist. Warum ist dieses so wichtig? Weil Gemeindeleitung, weil Hirtendienst Vorbildfunktion ist. Ich lese da wieder einen kleinen Abschnitt aus 1. Petrus Kapitel 5, wo dann eben auch dieses betont wird. Ihr sollt nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, also wenn ihr diese Leitungsaufgabe wahrnehmt, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Vorbilder der Herde. Vorbilder. Paulus sagt das auch zu Timotheus Kapitel 4, Vers 12. Sei ein Vorbild der Gläubigen. Leite mit deinem Vorbild. Und was für ein Vorbild wollen wir sein? Was für ein Vorbild sind wir? Die Frage stellt sich an uns alle. So, dann das Zweite. Mann einer Frau. Hier ist eine Diskussion jetzt am Laufen. Kennst du wahrscheinlich auch. Es gibt eigentlich vier Möglichkeiten, das zu interpretieren. Das heißt, Mann einer Frau, das heißt, ein Ältester muss verheiratet sein. Also, er muss Mann einer Frau sein. Das würde dann ausschließen, dass jemand, der Single ist, der dürfte nicht Ältester sein, der dürfte nicht in der Gemeindeleitung sein oder jemand, der verwitwet ist, auch nicht. Ist aber ein bisschen schwierig, die Auslegung, würde ich sagen. Ja, weil Paulus und Timotheus waren wahrscheinlich nicht verheiratet und Timotheus setzt hier Älteste ein. Ja, auf jeden Fall. Also, und das ist auch eine, der Text sagt das nicht. Er sagt nicht, es muss ein verheirateter Mann sein, sondern es ist ein Mann Frau. Ein Mann Frau, also Mann einer Frau. Das ist die direkte Übersetzung. Eine zweite Interpretation sagt, die dürfen da nicht in Polygamie leben. Also, Mann einer Frau heißt, er darf nicht viele Frauen haben. Auch das ist wieder nicht wirklich überzeugend, denn im Text von 1. Timotheus 5, Vers 9, da ist dann die Rede von der Frau, 5, Vers 9, wo steht, eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war. Also, das heißt, dass sie verheiratet war. Und das heißt nicht, dass sie nur viele Männer gehabt hätte. Also, Polygamie ist hier wohl nicht im Grunde. Oder dass sie eine von vielen Frauen von dem Mann war. Genau, genau. Andere sagen, Älteste dürfen nur einmal heiraten. Also, wenn du dann verwitwet bist und wieder geheiratet hast, dann dürftest du schon nicht mehr im Ältestenrat sein. Auch das ist nicht wirklich biblisch festlegbar, weil es gibt nirgends ein Verbot einer zweiten Ehe nach dem Tod deines ersten Ehepartners. Also, es ist eher der Gegenteil, was in der Bibel zum Vorschein kommt. Dann bleibt noch eine vierte Interpretation und die überzeugt mich auch bei weitem am meisten. Älteste müssen in ihrem Ehe- und Geschlechtsleben untadelig sein. Sie sind Mann einer Frau. Das heißt, sie leben in Treue und ergeben ihrer einzigen, ihrer Ehefrau gegenüber. Das und nur einfach das ist damit ausgesagt. Mit anderen Worten, ein untadeliges Eheleben ist damit gemeint. Genau, genau. Ein monogames, treues Eheleben. Und das heißt dann auch, dass Unverheiratete könnten auch durchaus Älteste sein. Also, das schließt die auf jeden Fall nicht aus. Dann der nächste Begriff. Nüchtern. Nüchtern oder moderat wird auch gebraucht im Umgang mit Alkohol. Also, jemand, der nur wenig Alkohol oder damit moderat umgeht, ist wahrscheinlich hier nicht so sehr im Vordergrund, sondern jemand, der ein ausgewogenes Urteil hat, der sich nicht beeinträchtigen lässt von überall von Einflüssen, der nicht überstürzt handelt, der stabil und umsichtig und selbstbeherrscht ist. Das ist jemand, der nüchtern ist. Sehr ähnlich ist der nächste Begriff. Das ist dann besonnen, steht in meiner Übersetzung. Maßvoll. Maßvoll. Bei Lothar. Ja, selbstkontrolliert. Das ist das Gegenteil von jemandem, der bei jeder Kleinigkeit aufbraucht. Es ist jemand, der auch mal aushalten kann, der ein gutes Urteilsvermögen hat und einen gesunden Menschenverstand. Das nächste, das ist dann hier anständig. Bei Lothar würdig. Würdig. Ein Ausdruck einer hohen Wertschätzung. Eine anständige Person, die respektabel ist, die ehrenhaft ist, die sitzsam ist, die ordentlich ist. Dieses zum Beispiel anständig, das sehen wir ja am Wortgebrauch, am Wortschatz. Wie reden Leute miteinander, wie reden Leute zu anderen. Also ich glaube, wir verstehen, was mit anständig gemeint ist. Gastfrei, gastfreundlich wird in der Bibel immer wieder als eine ganz spezifische christliche Tugend erwähnt. Dein offenes Haus, Leute aufnehmen, gastfreundlich sein, besonders dem Fremden gegenüber, besonders dem Notleidenden gegenüber. Das ist ganz, ganz wichtig. Und findet sich immer im Zusammenhang, ist Ausdruck der christlichen Nächstenliebe. Die Gastfreundschaft. Klar, klar. Dann ein Thema, und da will ich jetzt ein klein bisschen länger anhalten, lehrfähig. Und da sagen dann einige Leute, okay, das muss ein rhetorisch begabter Mensch sein, der muss predigen können, er muss, ja, also, lehrfähig heißt, ich muss fähig sein, am Sonntag in der Kirche die Predigt zu halten. Ich glaube, das ist nicht richtig. Also, mich überzeugt diese Interpretation nicht, sondern hier erscheint das Wort didaktikus. Das ist fähig zur Lehre, ja, aber es ist auch größer zu verstehen, es ist jemand, der fähig ist, andere anzuleiten, andere zu lehren, jemand, der von der Lehre geprägt ist und andere lehrt. Also, es ist nicht nur die öffentliche Predigt, es ist auch, dass man Menschen im alltäglichen Leben orientieren kann, weil man so tief von der christlichen Lehre geprägt ist. Absolut, absolut. Also, es hat nicht notwendigerweise, natürlich kann Lehren auch geschehen von der Kanzel und geschieht von der Kanzel und muss. Und muss von der Kanzel geschehen. Aber nicht nur. Nicht nur. Und es ist nicht, dass jemand muss von der Kanzel auslehren, um diese Eigenschaft zu haben. Warum bin ich davon so überzeugt, wenn du mal 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 17 liest? 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert. Besonders die, die sich mühen im Wort und in der Lehre. Besonders diejenigen, die sich im Wort und in der Lehre bemühen. Was sagt mir das? Es gibt auch andere. Es gibt auch andere. Es gibt auch andere. Es gibt andere, die Teil des ältesten Teams sind, die Teil der Gruppe sind, die aber nicht in der Wortverkündigung tätig sind. Die am Sonntag nicht unbedingt auf der Kanzel stehen. Absolut. Genau. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Er muss fähig sein, andere anzuleiten, andere zu lehren. Aber er muss nicht ein wortgewandter Rhetoriker sein, der jetzt Predigten hält, der groß vorne auf der Kanzel steht. Ich kenne eine ganze Menge Personen aus unserer Gemeinde, die auch in der Gemeindeleitung sind. Die werden sich auch wehren mit Händen und Füßen, um da vorne eine Predigt zu halten, die aber unglaublich viele Menschen anleiten und die Menschen lehren, die tief verwurzelt sind im Wort Gottes. Also das ist ohne Frage. Das ist jemand, der seine Bibel kennt, jemand, der imstande ist, daraus zu unterweisen, aber die das viel mehr im Gespräch tun, im Eins-zu-Eins oder im Alltag, auf der Arbeit. Oder auf der Sitzung einen Durchblick haben. Auf einer Sitzung, bei einer Thematik, bei einer Diskussion plötzlich einen Durchblick haben, den die anderen nicht haben. Genau. So, das ist mir noch wichtig zu betonen. Dann, kein Trinker, das heißt nicht jemand, der alkoholsüchtig ist. Der Text sagt nicht, dass er nicht Alkohol trinken darf, aber er darf kein Trinker sein, nicht ein Alkoholiker sein. Er darf nicht dauernd betrunken sein. Ganz genau. Kein Schläger, also jemand, einen Hitzkopf, der auch physische Gewalt anwendet, darf er nicht sein. Also, vielleicht eine kleine Bemerkung. Es sind einige Sachen, die sind positiv betont, und andere, was er nicht sein darf. Ich mache da jetzt nicht eine große Unterscheidung. Milde, jemand, der auch mal nachgeben kann, der nicht immer nur auf seinem Recht beharrt. Ich habe recht, und alle anderen nicht. Ja, man muss, wenn man leitet, muss man auch kompromissbereit sein. Man muss manchmal die Interessen von verschiedenen Gruppen, die man ja unweigerlich hat, in der Gemeinde abwägen und irgendwo einen Mittelweg finden. Definitiv. Jemand, der nicht, also es darf nicht jemand sein, der streitsüchtig ist. Schon Jesus sagt in der Bergpredigt, glückselig, oder ja, glückselig, die Friedensstifter sind. Nicht jemand, der Streit sucht. Wie machst du das dann, wenn du mal wirklich von der Kanzel ein ermahnendes Wort geben musst? Also das provoziert ja dann auch manchmal Streit. Ja, definitiv. Aber es gibt die Möglichkeit zu ermahnen und es gibt diese Möglichkeit, dass du immer anstachelst, wenn irgendwo ein Konflikt am Schwelen ist. Und das ist hier untersagt. Dinge müssen definitiv angesprochen werden und manchmal muss man auch konfrontieren. Ohne Frage. Nicht geldliebend. Ja, 1. Petrus 5 wieder sagt. Nicht geldliebend. Nicht geldliebend. Der sagt, ihr sollt das nicht machen aus schändlicher Gewinnsucht. Ja, nur weil ihr da einen guten Gehaltscheck bekommt. Dann macht das nicht. Dem eigenen Haus gut vorstehen. Und ich sehe, und es läuft die Zeit davon, aber ich möchte kurz darauf eingehen. Das heißt nicht. Ja, wir haben noch einige Minuten. Das heißt nicht, dass ich jetzt nur Ältester sein kann, wenn alle meine Kinder getauft sind oder dass ich warten muss, bis die erwachsen sind. Es heißt, das ist jemand, der seinem Haus gut vorsteht, der seine Kinder in Ehrbarkeit und Unterordnung hält, solange sie unter seinem Dach wohnen. Das ist hier mit gemeint. Also, dass die Kinder sind zu Hause, die unter der Autorität des Vaters leben. Und er soll also in der Erziehung der Kinder danach streben, dass diese auch zum Glauben kommen. Ob sie es tun oder nicht, das ist eine Entscheidung, die jedes Kind ab einem gewissen Alter selber treffen wird. Aber ich bin dafür verantwortlich. Ja, die Kinder werden irgendwann ihre eigenen Entscheidungen treffen, aber solange sie bei dir sind, tue alles dafür, dass sie auf einem guten Weg gehen. Ganz genau. Das ist eine gute Zusammenfassung dessen, was hier gemeint ist. Kein Neubekehrter, es braucht geistliche Reife zum Leiten. Nicht nur, weil jemand jetzt rhetorische Fähigkeiten hat und sich taufen gelassen hat, setze ich den zwei Wochen später in die Gemeindeleitung ein. Das sollten wir nicht tun. Prüfen. Schauen, ob das wirklich so ist, wie das ist. Ein gutes Zeugnis und besonders auch von Leuten außerhalb der Gemeinde. oftmals geben die uns ein gutes Feedback, weil die durchschauen manchmal Leute und es gibt immer wieder leider Leute, die ein gutes Doppelleben führen können. Und Paulus sagt hier, ein gutes Zeugnis, nicht nur von innerhalb der Gemeinde, sondern auch von Leuten, die außerhalb sind. Also wenn wir in einem Prüfungsprozess sind, dann sollten wir vielleicht die Nachbarn befragen, die Arbeiter auf der Estancia. Genau. Wie ist der so als Chef? Die Nachbarn bei der Estancia, wie verhält er sich? Also das sind eigentlich die Leute, die wir in einem Auswahlprozess mit einbeziehen sollten. Definitiv. Dann nicht eigenmächtig, das heißt nicht stur, nicht jezornig, also es ist ähnlich wie schon einmal, also langsam, also nicht gleich aufbrausend. Das Gute liebend, gerecht, heilig, enthaltsam und an der Lehre gemäßen Wort zuverlässig festhält. Und das fasst das irgendwie nochmal zusammen, das ist dann schon Titus. Er sagt, der muss fähig sein, die richtige Lehre zu vermitteln und Irrlehrer zu widerlegen. Das ist ganz zentral wichtig und dazu muss er die Bibel kennen und ein reifer Christ sein. Ja, ein Neubekehrter kann das nicht. Ein Neubekehrter kann das nicht und als ein letzter Satz, hier sehe ich wieder die Wichtigkeit von Gemeindeleitung als Gemeindeleitung im Plural. Warum? Weil man dann ein Team hat, wo man sich gegenseitig auch Rechenschaft fordern darf in Bezug auf diese und sollte in Bezug auf diese Voraussetzungen. Und das ist bei einer Einmahnleitung nicht gegeben. Ja, danke Delmar. Wir haben es gehört, liebe Leute, diese Eigenschaften, ich wiederhole das nochmal, aus 1. Timotheus 3, aus Titus 1 und aus anderen Bibeltexten, 1. Petrus 5, das sind Eigenschaften, ja, für die Leitung, Voraussetzung, aber das sollten wir alle anstreben. Genau. Denn was Paulus uns hier gibt, ist das Bild eines reifen Christen. Und ich denke, das kann uns anleiten in unserem Streben nach Heiligkeit, nach Christusähnlichkeit. Vielen Dank, Delmar. Vielen Dank für deine sehr, sehr präzisen Erklärungen und damit verabschiede ich mich auch bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen, auf ein nächstes Mal. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020